All I've seen all I know, all I know, all I know, all I know Ich wollte mich zum Spottlack Die Wetter-App sagt Gewitter Hey, hallo Hey, naaa Oh, ist kitzbar Guck mal, hier gefällt dir mein Pullover Hier ist... Jay! Hau ab! Flirt, äh, äh, sag. Ja, genau. Wegen deinem Pullover. Welchen? Den, den ich überhabe oder den ich anhabe? Beide. Hä, mit da! Ups. Was soll das? Ja, sorry, ich wollte großartig machen. Hey, Schubo, verlass' uns nicht. Ist auch großartig scheiße. Ich wollte das zweite Mal großartig machen. Ah, Schubo, was soll das? Ich wollte das zweite Mal großartig machen. Ah! Renn! Hab mich gar nicht erschrocken, als ich da um die Ecke gegangen bin und er da plötzlich gesessen hat. Oh. Vielleicht kommt da jetzt ein Generator. Ach, Scheiße. Hm? Such dir deinen eigenen Generator, Chris. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Fuck. Ich suche mal das Ruin, ne? Das wär voll, cool. Jetzt sitz auch halt ne normalen Tortengröd dran. Bam, Junge, auf deinen Kopf! ich hab dich eben gar nicht gesehen als ich dich angerannt also geblendet von meinen schönen outfit er hat nun nicht gesehen dass ich hier angegangen bin er auf mich in den keller zu bringen ich hab's ne ok ok das war es aber auch oder verdammt ich hab's fast geschafft ich war zu langsam dafür rette ich dich ich habe die brüste angefasst der gleiche von eben oder rennt wieder hinter mir ich habe mich direkt unter dem haken gelegt er vertraut der makro doch nicht vor allem bist du auch dadurch gestoppt ich hab dir aus versehen vorhin hatte ich einen unruhigen finger und hab den aus versehen gezündet also wieder ausgemacht dafür nehme ich dir jetzt den haken weg scheiße der hat überladen bei wenn der so fähig zum generator tritt und du daran gehst dann hat dann kommt gleich so ganz kleiner fähigkeit check der ist aber recht naja weil bei denen ist ja recht groß ja und also ich liege unter der palette doch nicht er haut ab ja bei der jay gesehen schnell klär hin spät ja scheiße tschüss auch in chubur war schön mit hier danke ja ich brauche halt immer auf mein level naja du kannst positiv sehen du kannst nicht absteigen du kannst nicht mehr auf 20 nee cool haben die so eingefügt kannst so lange nicht absteigen bis du glaube 15 bist und dann geht das wieder das absteigen los also aber ich war ja fast voll ich komme in den keller ich kann nicht ich muss weglaufen camper also er rennt dir nicht hinterher oder was nein wer wartet hier oben ja dann mach doch jens hä wo sitzt der denn der steht hier oben an der an einem eingang dann mach doch jens verschwende die zeit nicht kipp dich jetzt ab ja ich lieg jetzt gleich so schnell wie der ist naja ah mich sagt was für sie aber jetzt nicht hure kcg Siehst du ihn, Jay? Er ist irgendwo hinter mir, weg Richtung Check, glaube ich, links. Er ist auf dem Berg. Jetzt könntest du ihn abhängen, Chris. Der ist hinter mir. Ich habe jetzt noch einen D-Strike. Und ich habe ihn verkackt! Verkackt! Es war so knapp! Scheiße! Ich gönn ihm das nicht! Überhaupt nicht! Wo ist der hin? Du kommst zu mir gerannt. Ja! Ist es bei dir, ja? Ja! Können wir uns hier schnell heilen? Ja! 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 Aha! Ja! Ja! Und natürlich will er mich, ja. Der ist nicht mehr bei mir. Er ist bei mir. Bei mir. Ich glaub der hat dich nicht gesehen, der wollte schon den Generator kaputt machen. Ja, er versucht nicht zu tauchen. Nein, hier ist ja gar keine Paletten. Da. Schnell, hitblocken. Und nur noch unten im Keller. Ja, deswegen hab ich gesagt, hitblocken. Das hätte gereicht. Und das lag voll. Ach, diese Drecksau. Der ist bestimmt wieder am Regner hier. Das stfik sein, ja. Ja, da hab ich auch ganz starke Mann, was ist denn los mit mir? Ich treff nix mehr. Das gibt's doch gar nicht. Das kann sein. Ich hab heute nur zwei Scheiben Brot gegessen. Aber gleich gibt's geiles Sushi. Das ist ja eigentlich ein Fehler für, wenn du viel essen möchtest, dann musst du deinen Magen ein bisschen weiten vorher. Ich weiß, aber ich hab so jetzt auch nicht so viel Hunger. Und zwei Liter Wasser vorher bringen. Wir gehen nicht zum Audio Can Eat. Also es ist kein Audio Can Eat. Okay. Witzig. Witzig. Der hat mich nicht gesehen. Ich saß um den Jen und hab versucht, den Jen zu treten. Der Idiot. Heine Fresse. Mit was für einem Killer spielen wir hier? Ein, der mich getötet hat. Ein, der Schubo getötet hat. Ja, Sauerei. Da ist er. Jey, ich bin grad bei dem Jen in der Mitte neben dem Check, den wir schon mal angefangen haben. Ja. Aber ich glaube, er sieht uns halt, wie sie arbeiten. Der, der hat nur Augen für mich gerade. Und ein Messer. Das war zu viel Provokation. Warum? Wo ist dein? Adrenalin? Ja, das hat der Adam nicht. Adam ist cool, der braucht kein Adrenalin, dachte ich mir. Oh nein, wenn ich gutes Aussehen schüttelte. Okay, ich bin an einem Ausgang dran. Ich bin an dem anderen. Okay, und ich sterb jetzt? Three Thixies! Genau. Sieht gut aus. Tja. Ich werde mich schon mal drauf ein, dass ich bitte sterben werde. Okay. Wo ist denn der? Keine Ahnung. Bei mir. Der hat mich gestalkt. Oh mein Gott! Ja, ich versuch's. Hi. Danke. Ich bauche ein Fenster. Nein! Ich bin tot. Weil hier kein Fenster war. Oh. Rennt raus. Überlebt für mich. Blutschmächter. Ja, war ein Scherz. Erschreck mich bitte nicht. Ich hab mir gerade abgekauft. Oh oh.